DFB-Pokal leider nicht mehr dabei und deshalb nutzt man das Ganze, unter anderem um den Neuzugang zu begrüßen. Sascha Boe, auch von Thomas Tuchel herzlich begrüßt. Die erste Trainingseinheit vom Franzosen, der von Galatasaray ja kurzfristig zum FC Bayern München verpflichtet wurde. Und jetzt seine erste Trainingseinheit hier an der Säbener Straße, diese Zeit bestmöglich, um sich auf die Bundesliga vorzubereiten. Die Spiele, die da kommen, Borussia Mönchengladbach. So, jetzt erstmal, früher nannte man das Spießrutenlaufen. So, jetzt haben wir die Spiele, die da kommen, die da kommen, die da kommen, die da kommen.